Herzlich Willkommen zu diesem vierten von sieben Videos aus meiner Reihe, wo ich dir Informationen zum Einsatz von Karten im Geschichtsunterricht geben möchte. In diesem vierten Video geht es jetzt um die Arten von Karten. Welche Arten von Karten können wir unterscheiden? Es gibt sogenannte historische Karten und sogenannte Geschichtskarten, wissenschaftliche Karten. Was bedeutet das jetzt genau? Historische Karten wurden vor längerer Zeit hergestellt. Das heißt, sie wurden vor längerer Zeit einmal gemacht. Das heißt zum Beispiel im Mittelalter Menschen Karten gemacht, um sich damals besser orientieren zu können, um sich Dinge einfach besser erklären zu können. Warum sind diese Karten für uns jetzt heute interessant? Weniger, weil sie jetzt das Ganze so richtig darstellen, wie es damals war, sondern weil es uns den damaligen Blick auf das damalige Wissen zur Geografie der Menschen und zur Geschichte und zur Wirtschaft geben kann. Das heißt, es ist eine historische Quelle. Wir wissen dann, wie die Menschen früher gedacht haben, welche Vorstellungen sie gehabt haben und welches Wissen sie bereits gehabt haben oder welche falschen Annahmen sie gehabt haben. So gibt es unter anderem Karten der frühen Neuzeit. Das heißt, rund um die Wiederentdeckung Amerikas, also 15. und 16. Jahrhundert. Und da kann man sehr schön sehen, dass damals es zwar schon geografisches Wissen gegeben hat, zum Beispiel auch über Europa, aber der restliche Teil der Welt war noch nicht so genau bekannt. Und das hat natürlich die Menschen damals dann beeinflusst. Ein weiteres Beispiel wäre zum Beispiel eine bekannte Karte, wären die von Gerhard Mercator aus dem 16. Jahrhundert. Hier haben wir eine sogenannte Ptolemäus-Weltkarte aus der frühen Neuzeit, 15. Jahrhundert. Das war aus der Zeit noch vor der Wiederentdeckung Amerikas. Darum sage ich Wiederentdeckung Amerikas, weil man ja heute davon ausgehen kann, dass die Wikinger oder einzelne Wikinger eben dann Nordamerika entdeckt haben, von Europa aus kommend, und dass dieses Wissen aber dann nicht verbreitet war in Europa. Das ist dann schon verloren gegangen. Das war um das Jahrtausend herum. Und hier sehen wir so eine Karte, die 1500 entstanden ist, aber, und das ist auch wiederum interessant, auf ein Wissen zurückgreift von einem Mann, nämlich Claudius Ptolemäus, aus dem ersten Jahrhundert nach Christus. Das heißt, über 1000 Jahre davor, 1300 Jahre davor, hat jemand geforscht und hat sich so die Welt vorgestellt und diese Vorstellungen wurden dann später dann noch einmal aufgebracht und aufgenommen und man hat dieses Wissen von Ptolemäus oder seine Vorstellungen dann als gegeben angenommen. Und da sehen wir, wenn wir uns diese Karte hier anschauen, dass hier zwar Europa relativ genau dargestellt ist, man schaut sich in England an, also auch nicht ganz richtig, aber es fehlt hier zum Beispiel gänzlich hier im Westen, würden wir heute sagen, von der Orientierung her, fehlt hier dann Nordamerika und Südamerika. Das ist ja so die damalige Vorstellung. Und wir sehen ebenfalls, dass hier Afrika auch nicht allzu genau bekannt ist. Das hört dann hier irgendwo auf und dann ist es nicht mehr allzu genau. Nordafrika wird noch genauer dargestellt. Eine andere Karte dann aus dem Mittelalter, also noch davor, ist die sogenannte Ebsdorfer Weltkarte. Und das hier, spannend ist dann, also wenn wir hier hineinschauen, wenn man es noch stärker vergrößern würde, würde man hier sehen, dass sich hier Jerusalem befindet. Das heißt, man hat sich die Welt so vorgestellt, dass im Zentrum dann Jerusalem sich befindet. Man hat das groß dargestellt. Es handelt sich hier um eine über dreieinhalb Meter große Karte, die aus mehreren Pergamenten zusammengesetzt wurde. Hier haben wir ein Foto einer Nachbildung. Und so hat man sich dann damals die Welt erklärt. Da könnte man eher sagen, dass es da religiöse Hintergründe gab. Und die Frage, ob man sich dann hier wirklich gut orientieren konnte, wenn man auf die Karte geschaut, dass man gewusst hat, wo man dann fahren müsste, wenn man unterwegs war, das kann man wahrscheinlich verneinen. Da geht es eher um, ist es für uns ein Interesse, dass wir das Weltbild sehen in Europa, das einfach als Jerusalem als besonders wichtig galt. Und das erklärt dann vielleicht auch, warum es zu Kreuzzügen gekommen ist. Weil man gesagt hat, das Zentrum der Welt müssten die Christen dann zum Beispiel wiederobern in dieser damaligen Vorstellung. Dann haben wir hier eine Karte aus der frühen Neuzeit 1507. Du weißt, Amerika wurde ja wiederentdeckt 1492 von Kolumbus. Der übrigens auch sein Leben lang nicht gewusst hat, dass er jetzt Amerika wiederentdeckt ist, was dann ja geglaubt hat, dass er im Osten von Asien dann angekommen ist. Und hier haben wir dann eine Karte von 1507. Es gab ja dann von 1492 noch andere, die die Entdeckungsfahrten gemacht haben. Und da sieht man schon einmal, dass hier im Norden hier, heute wird man hier Nordamerika natürlich sehen, dass hier die Form von Nordamerika eine andere ist, als wir sie kennen. Hier haben wir dann Südamerika. Und da ist dann Australien zum Beispiel auf dieser Karte, auf dieser Weltkarte von diesem Martin Waldseemüller gänzlich fehlt. Also wir sehen, manche Dinge sind genauer dargestellt, wie hier zum Beispiel Afrika. Aber andere Bereiche der Erde sind noch sehr wenig bekannt. Und man sieht, dass man da noch einiges entdecken konnte. Und das ist auch falsche Vorstellungen von der Verteilung auf der Welt gegeben hat, nämlich Verteilung von Kontinenten zum Beispiel und Land. Dann, was sind jetzt eigentliche Geschichtskarten, wissenschaftliche Karten, die an und für sich sind in unserer heutigen Zeit entstanden, geben unser heutiges Wissen wieder und stellen die Vergangenheit dar und erzählen uns etwas über die Vergangenheit. Und diese Geschichts- und wissenschaftlichen Karten zeigen eben, was wir heute wissen über die Geografie, die Geschichte und die Wirtschaft der damaligen Zeit. Ein Beispiel sind diese Landkarten und Stadtkarten. Und weil sie unser heutiges Wissen wiedergeben, unterscheiden sie sich natürlich dann von diesen historischen Karten. Ein Beispiel für eine Geschichtskarte oder auch wissenschaftliche Karte genannt ist hier zu sehen, Anfang des 18. Jahrhunderts gab es einen großen Krieg, eine Auseinandersetzung im Norden Europas, unter anderem zwischen dem Russischen Reich und den Schweden, die hier um den Einfluss hier im Nordosten von Europa gekämpft haben. Und eine wissenschaftliche Karte zeichnet sich in ihrer Qualität einmal sicherlich dadurch aus, dass wir hier eine ausführliche Legende zum Beispiel haben. Hier wissen wir den Maßstab, das heißt, wie groß eine bestimmte Größe dann hier in der Karte zum Beispiel darstellt, wie viel das in der Wirklichkeit war. Und es geht dann sogar bis dorthin, dass man sagen könnte, hier gibt es eigene Zeichen, Signaturen für einen schwedischen Sieg oder für eine schwedische Niederlage. Das heißt, hier kann ich dann sehr rasch sehen, dass es hier einen Sieg zum Beispiel der Schweden gegeben hat. Und welche anderen Truppen sich hier befunden haben. Rote Farbe wäre hier zum Beispiel Schweden. Und die Alliierten, also die hier zusammengeholfen haben eine gewisse Zeit lang, waren eben Dänemark, Sachsen und Russland. Und das hier ist sich vermutlich dann um eine Schlacht zwischen den Sachsen und den Schweden gehandelt hat. Wir wissen zum Beispiel, was wichtige Orte sind, welche Orte hier belagert wurden. Da könnte ich zum Beispiel dann herauslesen, dass Toren hier zum Beispiel belagert wurden. Also aus einer Geschichtskarte, wissenschaftlichen Karte kann ich einige Informationen mir herausholen. Ja, soweit. Danke für die Aufmerksamkeit. Hier der Verweis auf die verwendeten Medien in meinem Video. Und ich verweise darüber hinaus dann gleich auf das nächste Video, auf das fünfte Video, wo es um mögliche Inhalte von Karten im Geschichtsunterricht geht. Danke und auf zum nächsten Video. Untertitelung des ZDF für funk, 2017